Frage 4. Ich hab's angeboten. Ich bin ja eher der Typ fürs Würzige. Beim Essen gehen bestelle ich immer als Vorspeise diese dünn geschnittenen Scheiben aus Rindfleisch. Aus welchem Land kommt das Carpaccio? Italien. Italien. Richtig. Aline, was mach ich denn jetzt mit dir? Also, jetzt musst du dich tatsächlich leider ranhalten. Also stell doch mal eine Frage, die ich weiß. Mensch. Ich weiß ja nicht, was du sonst so weißt. Nee, besser nicht. Frage 5. Keine Sorge, nicht alle Rinder enden als Carpaccio. Befragen wir doch einfach mal das weibliche Fachpersonal zu diesem Thema. Hier ein Clip. Wie bezeichnet man ein kastriertes, männliches Rind? Kastriertes Rind? Genau. Gibt's das? Ja. Warum? Ja, wie nennt man denn ein kastriertes Rind? Bulle. Bulle. Bulle und Stiere, die sind unkastriert. Bullen auch? Bullen auch. Kastriertes Rind, das ist ein Ochse. Also, Punkt für Aline. Sehr gut gemacht. Wir bleiben im Spiel. Ich Ochse. 4 zu 1. Wir sind bei Frage Nummer 6. Kaum zu glauben, Michelle Hunziger ist Oma geworden. Bleib ruhig. Dabei sieht sie noch tatsächlich so jung aus, sie könnte auch die Schwester ihrer Tochter Aurora sein. Wer ist der Vater von Aurora? Aurora? Kann nur Eros Ramazzotti sein. Warum wird hier geklatscht? Ich ess gerne mal ne Kanzone. Eros Ramazzotti ist richtig. Eros Ramazzotti ist richtig. Eros Ramazzotti ist richtig. Vielen Dank.